Was werden deine Folgen? Ich denke mal 15 Minuten. 15? Ja 15. Ja dann mach ich vielleicht auch so. Also normalerweise mach ich 10, dann kann man mehr machen. Jaja, kannst du natürlich auch machen. Okay. Ja das ist halt besser glaub ich wenn wir das einheitlich machen. Heilung, Heilung, ich hab Heilung. Zum C und Bandage. Oh 55. Ja ich hab jetzt nicht so viele, weil du ja natürlich mehr Kraft, äh diese Robs hast. Robs. Diese Robs. Ich kann eigentlich das kleine Ding hier finden. Ich hab kein einziges Teil getroffen, ey ganz ehrlich. Sehr gut. Ähm, achso ich wollte R und nicht E4 drücken. Ähm, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Weil meine Festplatte voll ist und ich deswegen nicht das ganze über die Festplatte locken kann, verstehst du? Mhm. Das kenn ich. Das kenn ich. Ich hab auch nur noch so 200 GB oder so. Ja ich 50. Aber dann kann ich ja einfach die Aufnahme stoppen, auf meine Festplatte speichern und dann wieder löschen. von meinem Computer. Wenn ich die Festplatte mal irgendwas lösche, weißt du? Ja ja. Bis wir 50 GB aufgenommen haben dauert es auch 3 Jahre. Hab ich so das Gefühl. Na okay. Kommt drauf an wie dein Aufnahmeprogramm das komprimiert. Aber bei Flaps ist das relativ viel. Ja, 20-1 Stunde sind so ungefähr... Äh... 4, 5, 8 mh. Also 4-10 GB. Tchüss. Oha. Bei mir jetzt 1 Stunde so... hmm. 150 oder so. J'oha. Dann können wir ja bei beiden jetzt einfach mal 1 Stunde machen. Vorerst. Sind ja schonmal bei mir 6 Folg und bei denen ein bisschen weniger. Ja, pass auf, da unten ist ein Slimy. Slimy sind diese orangenen Teile, weißt du, was ich meine? Also mehr als nur ein Slimy. Ich hab's gespürt. Verpiss dich. Verpiss dich. Nee, nee, ich lebe noch. Noch. Jawohl. Eigentlich auch noch, aber nur noch ganz knapp. Bandagen, Leinerhund. Du hast ja auch noch welche. Das ist auch gut, ne? Ist ja irgendwo in meiner Nähe. Ich habe 47 Bandagen. 49, weil ich noch zwei hatte. Da, 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 da. Läuft das gerade auch bei dir? Nee, bei mir immer noch vollständiger. Bei mir ist es gerade voll laut. Hier sind ein paar Dinge, also haben wir die mal ein. Da oben auch noch links. Ach, hier ist ein Alter, man. Komm mal her, komm mal her. Komm mal ran. Da ist noch was drin in dem Monsterkörbchen. Tja. Hier, jetzt brauch mal ab ein bisschen, dann haben wir ganz viele. Vorsicht, selber. Ich kann mir vorstellen, dass wir es brauchen. Dann würde ich sagen, versuchen wir nochmal ins Portal zu gelangen, oder? Dazu müssen wir in die andere Höhle, die weiter rechts ist. Ja. Weißt du? Ja. Dann müssen wir nochmal runter. Oder wir teleportieren. Oder wir teleportieren uns hoch und gehen dann nochmal den ganzen Weg. Du setzt überall Fackeln in, oder? Warst du das nicht? Ja, ich war das, weil ich da null gesehen habe und ich musste mich eben heilen. Achso, da, wir hätten übrigens sowas namens Taschenlampe, Taschenlampe. Ja, weiß ich, aber... Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Wo bist du? Ich will nämlich... Bist du oben? Ja, ja. Ich komme. Du springst hoch, ich baue dann zu und dann kannst du da hoch und dann mache ich mir einen anderen Weg. Zack. Verstehst du? Ja. Komm mal da hoch, das Loch, das kleine Loch. Okay. Ups. Warte nochmal. Hat ja schon mal geklappt. Äh, bei mir nicht so ganz... Das Schwert ist so langsam, habe ich so... So. Glück haben wir die rechte Attacke. So. Jetzt bin ich auch oben. Bist du schon rechts in der Höhle? Hm, nee, ich bin... Ich wollte noch aufzuschreiben. Achso, ja, wir spielen Starboard. Jetzt spielen wir selbst, sag ich mal, wir spielen Starboard. Das ist auch in der dritten Folge oder so. Hahaha. Oh shit. Oh top. Jawoll. Gut. So. Ich brauche jetzt erstmal Holz, aber das können wir auch brauchen. Ach ja, Holz, ne? Haha. Da war ja was. Ein Baum, das gefällt, sammeln wir mal ein. Neue Quests. Um zu starten, habe ich eine Weise, um den Boden zu zählen. Ich sollte ein Höhle kraftieren, um etwas Holz- und Kupfer-Bars. Okay. Keine Ahnung, weshalb ich gerade diese Quests bekomme. Aber... Ich... Du hast was Dings, du hast eingesammelt. Ähm... Samen. Ähm, 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 ähm... Aua! Schau mal auf. Ähm. Pudum. Aua, da war noch ein. Das ist gute Teamarbeit. Wir haben Dings eingesammelt. Den habe ich erschossen. Ähm... Wir haben wir... Du hast Samen eingesammelt. Ja, ja. Hab ich ja. Den sah aus wie Mini-Koll-Klappen, weißt du? Ja. Aber die Scheißviecher. Ganz ehrlich. Du hast ja auch eine. Ja, ja, hab ich ja gesagt. Wie gesagt, wenn du die willst. Wie viel Damage macht die? Äh, warte. Schau ich sofort. Pchuuu. Puhu. Eee, die macht... Äh, 4,4. Na, meine ist besser. Okay. Aber danke. Kannst du sie ja nehmen. Dass sie ja beide auch nur einen... ... und überfinden. Ja. Hier können wir einsammeln. Okay. Wäre nicht so schlecht. Ups. Jetzt bin ich schon runter. Ist nicht schlimm, Alter. Ist das irgendwas... ... besonderes, dass sie hier Lina sind? Äh, nein. Das ist einfach unter der Erde. Okay, wow. Ich habe auch eine Lebensanzeige. Wow. Ich finde es immer geil, dass ich mich selber fast dauernd umringe, ohne es zu merken. Juhu. Wir müssen rechts... ... äh, links lang, oder nicht? Hm, ich habe keine Ahnung. Ja, links, glaube ich. Achso. Nein, rechts, rechts, rechts. Stimmt schon. Rechts, rechts, rechts. Du bist schon der Schlauste von uns beiden. Jo, Alter. Ich weiß. Unten, unten. Oder willst du oben? Keine Ahnung, Alter. Hier. Hier, hier war es, genau. Hier runter. Aber? Lebenserzeiger ist mal wieder super. Hier, dort. Ich finde es toll, dass ich nur so viele Bandagen brauche. Da, hier. Ähm. Aber? Ja. So. Dann ist da links, jetzt irgendwo müssen wir weiter runter. Können wir weiter runter? Ist in das Portal. Aber? Machen wir das nochmal, oder? Ja, können wir machen. Oder flackern wir dann eh wieder? Ach. Niemals. Du, äh, ich bin... Wie doch nicht. Du kennst uns doch. Okay, dann haben wir schon links besiegt. Kiste! Ja, das ist ganz viel Zeug, was ich benutzen kann. So weit ich weiß. Oh, oh. Ja, Hammer. Ich sag mal kurz... Ich hab hier nämlich was Neues. 1,1. Genau. Rate of Fire. Die hat keine Wirkung. Also warum? Weiter. Und dann hier links irgendwo haben wir uns, glaube ich, runtergebaut. Und haben es gesehen. Oder wir gehen halt wieder hoch. Auch sein. Copper. Haben wir gebraucht. Nee, hier waren wir nicht. Okay. Hier waren wir nicht. Und es ist doch rechts unten irgendwo. Du wirst irgendwie von irgendeinem kleinen Miniviech verfolgt. Was jetzt nicht mehr existiert. Dann nicht mehr. Hm, hier oben auch nicht. Hier vielleicht? Runter vielleicht. Uh! Pass auf! Da ist Wasser und ich springe daneben. Oh shit. Scheiße, nicht hier rein, nicht hier rein. Ah, zu spät. Da hab ich die Erde hin. Da unten, das ist schon richtig, jetzt wo wir sind. Pass auf. Ja, ich kann mal. Sofort. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Jetzt kannst du kommen. So. Mach mal. Du sprichst runter und er schießt einfach alles, was er hat auf dich. Ja. Hast du was gekriegt? Nee. Hier müssen wir runter und hier ist das Portal, glaube ich, links irgendwo. Links oben. Ja. Links. Sofort. Ich muss mal eben heilen. Wo ist denn? Ich bin einfach der kleine Tank von uns. Bitte. Da. Der kleine Tank. Hier ist eine kleine Schussbiene. Biene? Ja. Biene, keine Ahnung was. Hummel. Ach so, das, das. Ja, davon hatte ich 20 vor mir. Bisschen übertrieben, aber schon so ungefähr. Ja, vor mir sind Fledermäuse. Wo bist du denn? Bist du weiter runter gegangen? Jetzt hab ich eine Hummel. Ja, ich bin ganz weit unten und fast tot. Okay. Da nicht. Da ist noch eine Biene. Okay, jetzt bin ich sehr weit unten und hier unten ist so ein komisches Monster, was mich jetzt ziemlich leicht angreifen wird. Ich bin unten, ich bin unten, ich bin unten. Ich bin vielleicht gleich beim Portal. Nee, hier waren wir noch nicht, wo ich bin. Oh. Fuck. Oh. Was? Ich bin einfach mal weg. Huh. Aber. Ah. Das war jetzt knapp. Ah. Bist du hier? Komm schon. Sei hier. Genau unten, ganz weit unten, wirklich. Sei hier. Hier, da, hier. Oh. Hier, hier. Ah. Das ist noch ein Ritter. Nein, ich bin sehr weit unten. Ja, ich bin auch sehr weit unten. Allerdings. Ich bin weiter unten. Du musst, schau, Kompass, ne? Kompass benutzen. Ja, ja, ich weiß. Ah, 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 ah. Du sollst stehen bleiben, wo ich bin. Okay, ich bin tot, ja.